happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red.gamble heute ist dienstag und ich spiele days after schauen was wir machen bis dann bis gleich okay ich denke wir gehen mal wieder in der mine da würde ich hingehen nebenbei werde ich mir jetzt mal meine videos hier rein ziehen werbung damit ich jede kiste kriege und hier den tresor also dann bis gleich in der mine so und wir sind in der mine und wir werden erst mal um alles freiräumen und danach gehen wir in der mine rein schießen wir den oder schlagen wir den so zwei mal schießen einmal schlagen da ist ja einer ganz normaler den hauen wir um so nice klasse juckt kein problem mein pony hat nur noch einen platz hallo hündchen ok das schaffe ich glaube ich einmal vorbeilaufen zack ich hätte auch direkt von vorne in der fresse reinschlagen können aber über die hälfte weg ich bin noch nicht gerecht ich bin nur gleich verreckt zack ach nicht der schon wieder rucksack ist kaputt gut dass ich meinen ersatzrucksack mitgenommen habe ach jetzt habe ich einen stein genommen du ahnst es nicht was solche mit dem stein das steinchen das bock war erst mal hier zur seite geh hohen forschen am schul steinchen weg schauen wir mal was dahinten so ist oder isse schatz diese schatz das ist mein schatz brauche ich beides nicht zurück damit was trinken komm her suck ich knistert es strahlender ein level ab ein level abgegriffen da ist doch ein schatz zwei schätzle schon wieder so was sehr wenig schaden gemacht dadurch dass ich immer gerannt bin was ist denn da in der truhe ein schatz das ist schön BAM Daunisa da können wir jetzt mal ein bisschen was trinken schon hier so viel kaputt hier Oh ein Leck war das das ist da ist ein bisschen gelögt Bop hmm Bop okay den können wir einmal verprügeln ja zack zack vielleicht sollte ich das immer so machen mal in der fresse geschossen daunisa ja komm her ich will ihn nicht sehen aber nicht zack zack einmal weggeklatscht okay weiter geht's das bisschen stark okay jetzt aber zack zwei schläge da zack zack, 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 so, was trinken, wir haben hier Durst, wir wollen hier nicht verdursten, und da ist ein Reh, wo ist das Reh? Echt? Ego! Komm her! Hm, ich glaube, ich muss was wegpacken, was packe ich im Bisch? Okay, jetzt haben wir ein bisschen Platz, gleich noch mehr. Zack! Und looten! Komm her! Ja! Easy! Easy going! Warte mal, hab ich da weggetan, wo nicht? Wusste ich doch! Wusste ich doch! Das war alles? Das war jetzt das Vorgebirge, das werde ich jetzt einmal kurz abfarmen, also erst zur Basis-Rennen, dann abfarmen und dann sehen wir uns gleich in der Höhle wieder. Bis gleich! So, ich bin jetzt gleich in der Mine, ich mach nur einen kleinen Testlauf, meine Taschen sind voll, deswegen kann ich nicht viel tragen. Und meine Schuhe sind sowieso kaputt. Tasche voll! Vielleicht gibt es da ja Schuhe drin, ne? Nee, gibt es nicht, leider nicht. Hm, schade. Nochmal reinrennen, gleich wieder da. Müsst euch nur einen Moment gedulden. Und wie ist das Wetter bei euch? Ich hoffe gut. Bei mir ist es jetzt grad ziemlich dunkel. Herr Gerät! Ich bin jetzt fast. Ich bin jetzt so schnell in der Höhle unter dem Dämpfeером. Und er ist jetzt nur ein Punkt, der noch auf sich verlet��� ist. Und im Moment. Ich bin jetzt nicht dran! Ich bin jetzt Testlauf! Urge. er sieht doch schon gut aus meine tasche nicht die sind schon ziemlich voll ok der ist vorstehen geblieben nichts zum verbinden mit das ist bisschen doof das war dem mal kurz schauen wir mal hier oben rein und nächster ein tag geht und vorhin die alle von mir ich bin ich auch kaputt 1,2 und weglaufen. 1,2 und weglaufen. Aua. Okay. Ich habe die Mütze auch noch kaputt. Bestimmt. Mütze kriegen wir auch noch kaputt. Vielleicht gleich eine neue Mütze aufsetzen. Ach, ich habe nur einen Schlag frei hier. Ah, shit. Weg, 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 weg. Okay, ich habe zur Basis, rüste mich neu aus, bringe meine Sachen alle weg und dann bin ich gleich wieder hier. Ich kann nur was abbauen. Wo will der hin? Okay, das war's. Ich habe auch was Futter näher. Oh, das war's. Das war das. Okay, okay. Basis bis gleich. Ich bin auf dem Weg zurück. Wir sehen uns aber gleich wieder. Bestimmt. So, wir sind wieder in der Höhle angekommen und ich immer mit meinen Sohn. alle Taschen leer, naja, ganz leer nicht. Ich habe hier noch meine Dingens mitgenommen, ne. Okay. 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 Mhm. Den möchte ich zwar nicht so gerne benutzen. Den Bon. aber wahrscheinlich muss ich das manchmal machen ja die machete ist schon schneller easy peasy weiter ist der bär ich überlege grad hat die knüpfen angeklappt hat 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 Ich bin schneller als du. Hohohohohoho! Zack! Easy-peasy. So, dann muss ich mal. Da-hinten. die lok mir anschauen dass das schönste ich packe mal das stahl hier weg und guck dir nachher alles noch mal mit wenn ich hier alles leer geräumt habe da kann ich auch die andere für nehmen die armen brust die macht kutschern die armen brust zack ok bisschen mehr schaden abgekriegt glaube ich als wenn ich immer weglaufen dann mit einer nahkampfer verschlage aber das soll ja kein problem sein wir haben ja genug trinken mit wandsmaterial haben auch noch genug mit immer weggeschnitzelt und war der feuer zombie hat Ach, da nee, das kassum ich. Oh, I'm Fire Thumbie. Oh, shah, 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 shah. Oh, ich hasse diese Zombies. Warte mal, haben wir das mit. Und einmal was trinken, bitte. Oh, da fiel aber auch schnell rum. Okay. Okay. Kann man mit lehnen. Das war die letzte hier. Genau, keiner mehr da. Ich hoffe, hier unten ist auch keiner mehr. Yeah. Da haben wir noch unten rechts die paar Zombies. Ich glaube vier, fünf Stück. Was hat da drinnen? Ich packe den mal da rein, ok, ja, ich würde mal sagen, da passiert jetzt nichts mehr, oder? Ich glaube, ein Zombie ist noch da, und, nee, gar keiner mehr, dann war es, nice, eine schnelle Runde, oder kurze Runde, ich weiß nicht, war die schnell? Nee, ich glaube nicht, ich glaube, die waren nicht schnell, naja, egal, auf jeden Fall eine Runde geschafft, hier in der Mine, mal wieder, ich muss noch ganz oft hier rein in der Mine, Das ist richtig übel, richtig oft muss ich noch hier rein, ich weiß leider nicht, wie oft, aber es ist sehr oft, dann will ich jetzt erstmal die Truhen durchstöbern, ob ich da irgendwie Sachen mitnehmen kann, die ich mitnehmen kann, logisch. Okay, Brust und Hose fast kaputt. Da wäre eine Hose gewesen. So, was ist hier noch drin? Verbandsmaterial. Ja, ich kann sogar eins benutzen, wohl ist egal. Mach ich den andermal. So, und es geht raus, und ich sage dann mal, Dankeschön für die Zuschauer, ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes Mal dabei seid, bis dann für euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.